Upavishta-Prapadasana ist die sitzende Zehenspitzenstellung. Pada heißt Fuß, Prapada ist der vordere Fuß und Upavishta heißt sitzend. Upavishta hat auch etwas zu tun aufgerichtet, also nicht nur sitzend, sondern aufgerichtet. Anu zeigt, wie es geht. Im Grunde genommen setzt du dich einfach auf die Fersen, während du auf den Zehenspitzen bist. Übrigens, interessanterweise gibt es im Deutschen gar nicht wirklich einen korrekten Ausdruck für Upavishta, für Prapada, denn du bist ja nicht wirklich auf den Zehenspitzen wie eine Balletttänzerin, sondern sind eigentlich die Fußballen und die Zehen auf dem Boden. Beides zusammen ist Prapada. Und jetzt im Unterschied zu normalem Prapadasana, wo du einfach nur auf den Zehenspitzen bist, kann man, wenn du ganz aufgerichtet bist und die Ellbogen auf den Knien hast, die Handflächen zusammen und die Finger hoch zur Decke, das als Upavishta-Prapadasana bezeichnen. Das ist auch eine Stellung der Anbetung, der Ehrerbietung und auch eine Gleichgewichtsstellung. Manche nennen auch Upavishta-Prapadasana dann, wenn du dich bemühst, die Fersen besonders hoch zu haben und dabei kommen auch die Knie noch etwas näher zum Brustkorb hin. Das ist also die Bemühung, die Füße noch auf mehr aufzurichten. Upavishta heißt zwar auch sitzend, aber es heißt auch besonders aufgerichtet. Und Upavishta-Prapadasana ist also eine besonders aufgerichtete Vorderfußstellung. Und weil das das letzte Video einer ganzen Reihe von heute Morgen ist, wollen wir jetzt zusammen Omen singen und dir alles Gute wünschen für deine weitere Yoga-Praxis. Wenn dir das Video gefällt, klicke schnell noch auf Daumen hoch, gefällt mir, oder teile das Video mit anderen. Wenn du etwas ergänzen willst, schreibe es in die Kommentare. Dieses Video ist Teil des Asana-Lexikons von Yoga Vidya, eine Reihe über 4000 verschiedene Bezeichnungen von Asanas. Aum 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 Om Shanti, Shanti, Shanti He. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Sadgoro Shivananda Maharajaki, Jai. Bolo Shri Vishnadevananda Maharajaki, Jai. Om Namah Shivaya. Danke dir. Sehr, sehr gerne.